so servus herzlich willkommen zurück boneworks dinge passieren kämpfe finden statt spielfiguren sterben zum glück nicht ich und da sind fein keine zeigen in dem spiel vergesse ich immer wieder aha das wahrscheinlich wieder im physics puzzle und da sind feinde ich packe das club erstmal da hinten irgendwo hin nur warum dass ich nicht richtigen ziele ok ok der hat sich erledigt cheat nachladen indem man so macht schon eingesteckt oder ja passt gut ok da scheint was grünes was drin mit dem grünen laser ist das eine waffe da wollte ich jetzt eigentlich nicht eingreifen sondern ich wollte mir das magazin nehmen die sieht doch mal interessant aus wo sind die andere da ok gibt unterschiede kann ich ich will das magazin herausballern ich nehme das magazin wieder mit und leg die da rein ich habe keinen platz für nein da wollte ich nicht hin und dann ist das nämlich die neue die da reinkommt oh die hat sogar hier einen haltegriff und würde mein vr nicht so ein bisschen zicken machen dann könnte ich ganz gut zielen damit denke ich gut ich muss erst mal hinten rein vorausgesetzt ich krieg sie da reingesteckt ok ach da ist meine achse bin ich so unfähig im zielen oder liegt es daran dass das spiel so leckt naja ich habe vergessen zu gucken wie das mit dem belegen aussieht damit habe ich nicht gerechnet dass da noch einer kommt zum glück sind die noch unfähiger im zielen das ist nicht durch diese lags wo bekomme ich denke ich immer wieder weg sind jetzt gerade zweimal ist jemand rausgekommen sicher sicher okay der logik entnehme ich einfach dass ich das da darüber schieben muss was ist das hier elektrik macht betätigen wir das mal okay damit habe ich ein tor aufgemacht nur ah da kann ich nur mehr sachen eventuell verschieben ja okay damit kann ich das schon mal recht weit hoch fallen das ist ja schon mal gut dann gucken wir doch mal dass ich darüber gezogen krieg ich glaube ich muss es dann auch da absetzen oder so aha runter damit und von hinten noch mal ansetzen ich glaube da könnte ich scheiße das hat nur einseitig rollen aber wenn ich das darunter fahr dann ist gleich hinüber das gleich schluss im bus kann ich das nicht irgendwie da reinschubsen ohne dass ich das ding hier verliere hätte das spiel wenigstens safe states ne dann könnte man ein bisschen mehr herumprobieren aber so ähm hoch wehrt sich jetzt schon ziemlich was ist dahinten unter anderem ein eingehackter cue hab ich ihn jetzt da umgeschalten oh da ist äh pff erstmal gegen die wand gelaufen im game auch gut fuck ich bin zu nah am tisch so jetzt hoffentlich nicht mehr krieg ich dich da irgendwie hinten rein anscheinend habe ich das ist gerade geschehen nein habe ich nicht okay inventory so ist leichter für mich ich bin doof hätte ich vielleicht vorher checken können ne es geht echt nicht ich krieg's nur über inventory da rein heftig kann ich da hochklädern? wahrscheinlich mhm das ist die falsche Taste aber ich kann mich da nicht festhalten meine Güte spack nicht rum physik okay hat sich erledigt wie krieg ich das jetzt da am besten rein geschoben schon mal gar nicht so auf die Art okay hier sind weitere Sachen überjuckt ich denke mal ich soll eigentlich diese weiteren grauen container dafür verwenden aber also mit dem kann ich hier nichts machen aber vielleicht kann ich den auch einfach nur aus dem weg fahren das erste mal oder ich gucke mal ob ich so darüber kann eine nehme ich noch mit komm okay da den da den nehmach den kann man gut ansetzen dann kann man die Rollen in die andere Richtung setzen für den obala so wollte ich jetzt nicht warum renne ich denn so schnell na egal jetzt hab ich's nicht gekriegt und okay da war ein stuhl im weg gerade ich gerade leicht gestriffen hab so hey wird das nur hand mach nicht solche dinge noch einmal okay mit Geduld scheint das zu klappen ja mit fehlender Geduld dafür nicht mehr so gut ja komm so ist es ich probiere jetzt einfach ob ich da hochkomme ja gut so wie er springt anscheinend nicht aber da habe ich ja dieses Ding hier als Hilfe na komm einmal umfallen bitte danke nein 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 hab ich gesagt fall um halleluja kruzinesen das sieht schon besser aus aber noch immer nicht gut jetzt okay komm ich da rüber ich glaube nicht oh das tut weh au das scheint alles weh zu tun hier hm muss ich wohl doch ach mir mich mit dem Ding durch kämpfen da muss ich eine Menge Sachen aus dem Weg räumen so wie das aussieht na komm hier aus dem Weg kann ich da überhaupt lang fällt mir grad so auf bin ich nämlich gar nicht überprüft ja da ist eine Treppe okay da kann ich lang na komm du auch aus dem Weg ich mein theoretisch kann ich die vielleicht auch verwenden du musst auch noch aus dem Weg du liegst noch ein bisschen im Weg okay das reicht so ja das reicht so gut dann gucken wir doch jetzt nochmal weiter hier hm okay runter nochmal näher ran hoch okay na lass dich doch sag mal warum hast du nur losgelassen hab ich dir das gesagt oder was na komm lass dich doch ein bisschen drucken hier zitterst da in mein Gesicht rein du scheiß Ding es reicht ich nehme jetzt diese Dinger da und versuche die einfach hinzulegen an die Stelle wo es hingehört okay du bist ein Arschloch scheiß Ding du und komm so Geherder oh das tut ziemlich weh oh fuck geh raus hab ich ein bisschen unterschätzt wie ich merke Aua ich war scheinbar oh kann ich da warte mal warte mal warte mal kann ich da vielleicht auch hoch weil ich glaube das hier ist ein Rohrsystem da müsste ich hochklettern können vielleicht muss ich ja gar nicht da irgendwas machen ich weiß aber umgekehrt auch nicht ob ich da überhaupt hin muss ne wieder das andere Ding wie komm ich da hoch ey gar nicht entschänt mein Charakter weigert sich na komm okay Liegestützen kann er machen das ist ja cool für dich und so aber das ist nicht das was ich will oh hä hab ich da gerade was gedreht hm uah ah okay so geht es natürlich auch komm halt dich wieder da fest hm was zum Teufel ich hab mich out of bounds geglitscht da wollte ich eigentlich nicht hin okay what the fuck wo hänge ich jetzt überhaupt wo ist mein das war mein Headset aber okay im Moment weiß ich jetzt wieder wo ich bin meine rechte Hand wo bist du okay okay da bist du kann ich jetzt vielleicht endlich mich da hochstellen anscheinend nicht so nee möchte gar nicht na zieh dich hoch komm so schwer kann das nicht sein ja komm ach hat ja jetzt auch nicht gedauert bis es geklappt hat ich kann mich da hoch angeln hangeln ich kann auch da hoch ja dann muss ich da runter für hm ich glaube ich geh mal hier zum Trash Handlers und gucke mal was was da rumgammelt kann ich müsste ich hochklettern können sowieso komm ich da hoch okay ja da kommt man hoch oh das Ding ist verschiebbar ein bisschen anscheinend interessant ach das ist normalerweise ein Weg den man hochklappt wie mir scheint aber solange man sich daran festhalten kann ist alles ein Weg ne außer der Charakter lässt einfach los dann natürlich nicht mehr komm halt dich fest deine Daumen bringen dir nichts ne dumm äh ne dumm Batz bist hier gehen wir doch gleich darüber das ist vielleicht doch klüger na komm netzer das ist direkt in meinem Gesicht das fühlt sich falsch an hm kann ich mich da bitte hochziehen drücken wie auch immer ähm drehen vielleicht wenn ich mich da drauf stelle geht das geht das ja chancen I guess Nein das sieht nicht so gut aus jetzt komm das Bein leckt sich doch schon halb hoch ist doch schon mal ein Anfang oder nicht hier fahr deine Beine ein was passiert wenn ich jetzt loslasse cool ich back mich da ein bisschen rum habe ich das Gefühl okay so rutsche ich nur weg oh habe ich das gerade losgekletscht kann das sein habe ich das das kann sein das ist voll in meiner Fresse hier das fühlt sich falsch an hobby müssen wir mal so na komm hm klappt nicht so gut aber jetzt komme ich auch nicht mehr runter weil mein Arm festdenkt okay jetzt Gott ey dieses Spiel gut gehen wir wieder dazu über den zu verwenden aber ich probiere es jetzt mal mit das hier irgendwie wieder zu retten hier das habe ich schon mal gut gemacht komm halt das Ding fest okay gut Hauptsache ich habe es retten können so wie kriege ich das jetzt da hin wie ich es brauche nur ein bisschen Physik hier äh Ding machen Herrgott ich kann mit dem Ding nicht um die echten Dinge sind einfacher zu handhaben finde ich okay da habe ich es aufgefahren das heißt ich muss es da wieder hier hinstellen wieder hoch und jetzt muss ich es irgendwie da rauskriegen bleibst hier nein da sollst du eigentlich nicht den Charakter ja ja das sieht doch ganz gut aus okay ich habe es wenigstens da schon mal wieder runtergefahren gekriegt hm vielleicht kriege ich es jetzt da irgendwie rein mir ist Kerzo das wird sich jetzt zeigen müssen ich glaube zwar nicht aber ein Versuch ist es wert ein Gas okay das Problem ist nur dass der Boden hier wehtut reicht vielleicht die Höhe von dem schon das muss ich jetzt einmal probiert haben glaube ich fuck 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 kann ich da nochmal hoch bitte okay warum auch immer ich jetzt Zeitlupe eingeschaltet habe ach so weil ich tot bin cool äh wo bin ich denn jetzt ach bin ich wieder hier zurück Jesus fucking Christ das war ein bisschen weiter sprung gut ich will den Typ noch einmal sehen okay ne der kommt nicht mehr schade uff habe ich meine Waffen noch hä die Waffen habe ich ja noch cool aber dann pausiere ich an der Stelle kurz die Aufnahme bis ich wieder da bin wo ich gerade eben war bis gleich so Leute da bin ich wieder das Ding habe ich gar nicht gebraucht ich habe nur über die Dinger da und geschicktes Hochziehen geschafft hier zu landen war jetzt sehr unnötig aber gut ich meine warum hast du ich meine nein ja danke ich bin mir nicht ganz sicher ob der jemand kommt traue hier niemandem oh da war schon jemand ah da okay da ist ne Box ist irgendwas drin vielleicht was ist das hier mach die oh so kurz vor einer Aufnahme habe ich da echt mach die Aufnahme aus so jetzt habe ich erst einmal meine Audio ausgemacht ich will noch kurz gucken ne anscheinend kriege ich da nichts ab ähm hier noch jemand ist ja da ist noch jemand das kann man aber ändern ey du hast einen Kopfschuss gekriegt was lebst du noch gut dass die dumm sind ey okay gut sieht so aus als wäre da ansonsten keiner mehr okay ähm dann beende ich an dieser Stelle den Part hoffe hat euch gefallen und bis zum nächsten Part haut rein Leute tschüss 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 tschüss